Musik Ah! Okay! Wahnsinn, wie klein die Sicht doch sein kann! Ich seh rein gar nichts! Halt! Stopp! Da gibt's Items! Halt! Mario, spring! Genau das, was ich nicht wollte! Weil ich es nicht brauche Okay, warte mal, machen wir kurz die Karte Jetzt zerstöre die Wutblöcke Kann ich nicht machen Nein! Nein! Warte! Gucke ich in die richtige Richtung Ja! Wieso springst du ab, wenn ich nichts drücke mache? Okay So, ich muss gucken Ob er mich auch hört Nein, 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 nein! So, ihr hört mich! Das ist gut! Stopp! 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 Die Alertbox! Was ist denn jetzt mit der Alertbox los? Was ist denn jetzt mit der Alertbox los? Alertbox Alert, 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 Alert Ist der laut da? Monitoring aus? Monitoring und Ausgabe an Ja! Ganz kurz, ich mache, Achtung! Das bin nur ich! Also wenn ihr abonniert, dann steht da euer Name und so Das ist jetzt nur ein Test, deshalb steht da auch K-Storm Weil ich hab mich grad selber abonniert Genau, das kann ich ganz häufig machen Seht ihr das? Schaut mal! Ist das die richtige Insel? Ich weiß es nicht Es sieht so richtig aus Zerstöre die Wutblöcke Okay Was ist, wenn man die Wutblöcke nicht zerstören will? Ja, ich weiß, ich brauch 50 für die Erweckung von der Katze Die Katzenfische sehen voll lustig aus Kann ich das hier noch ein Stückchen größer machen? Genau, hier, hier, Werbung Wo, 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 Werbung? Da, Werbung Sehr schön Halt, ich will kurz die Katzenglocke haben Danke Er störe auch hier die Wutblöcke Man sieht fast gar nichts Das ist so klein Das ist jetzt gar nicht wichtig Irgendwann macht der Greenfields nicht mehr so große Probleme Wie findet ihr das Layout? Es wäre schöner, wenn ihr was in den Chat schreiben würdet Was gibt es hier für eine Challenge? Was gibt es hier für eine Challenge? Ich störe die Wutblöcke Jetzt störe die Wutblöcke Jetzt störe die Wutblöcke Jetzt störe die Wutblöcke Jetzt störe die Wutblöcke Wir gehen jetzt mal da rüber Da hin Jetzt bitte drauf, danke Und es fehlen nur vier solche Leuchten Ich bin gesprungen Ich drück doch die ganze Zeit Und sprung, zack, und pep pep Was fehlt uns hier denn noch bei der Challenge? Sprich, spring, spring Knapp Knapp Jagd auf die Nooo Ich hasse dich Spiel Es ist nicht machbar zu sehen Nein Nein Ich bin da Ich bin da Ich bin gleich hoch Ich bin gleich hoch Boah, ist das ein mieses Timing Dass sie das machen, so mies Bowser? Ja, mach mal Zauberei Es kommt sowieso immer dasselbe bei Bowser Ein Pilz Wahnsinn Okay Ich merke richtig, das könnte hart werden Das Mikro ein bisschen näher Ja, ja, ich merke das schon Da ist die Katzenglocke, warte Wenn man so schlecht ist wie ich Und sich bei jedem Gegner zehnmal treffen lässt Dann braucht man so etwas Aber das ist sehr schwer Und Mario ist ja jetzt nicht ganz so schnell Wisst ihr, was ich meine? Da sind Stachel Nein, nein, nein Hm Es ist ja viel einfacher mit dem Teil. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wow. Wir warten jetzt, bis Bowie kommt. Bowie, hi. Und Luke. Und da haben wir auch unser nächstes und damit 47 Katzen in Siegnen gesammelt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überzeugt vom Green Team, dass er gut ist, aber sobald ich irgendwie sowas hier... Ja, dann ist das ein bisschen problematisch, aber ganz cool. Oh, wir besiegen ihn ja schon fast nur durch die Lichter. Cool. Hier sind wir drei Zuschauer. Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das? Ja, sind wir sogar. Sehr schön. Wer auch immer der dritte Zuschauer ist. Ich weiß nur von zwei. Also. Das ist der jetzt wieder... Also. Ähm. Das ist Bowser jetzt. Dire... Ja. Das ist ja... Also. So weit hergeholt. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ja. 50 für die Erweckung. Was ist, wenn man nur 12 hat? Wow. Runter, 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 runter. Das Wasser. Bowie. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Ja. 20. Runde gegen... Letzte Runde gegen Katzenbombo. Ja, ja. Oh, geht noch weg. Nein, runter, 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 das Wasser. Oh, Mann. Wieso kann denn der Feuer speien? Nein, 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 nein. Und das Wasser. Die kommt nicht hoch. Ah, da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Geh runter. Ey, was ist denn das? Bis ich sehe, dass das Feuer weg ist. Okay. Und dann machen wir eine Stammfahrtacke. Machen wir eine Stammfahrtacke. Ich bin tot. Und wir werden wieder getroffen. Was sind wir denn für ein Gott? Die Runde, geh runter. Nein. Die Stacheln sind da beabsichtigt. Och, bumm, bumm. Wow, genau. Also, die Entwickler dachten sich, lass uns ein Spiel so schwer machen, wie kein anderes, was wir zuvor getan haben. Dachte sich Nintendo und sie entwickelt das hier. Stopp. Ich brauche einen Maschino. Nein, ich brauche keinen Maschino. Sprich da drauf. Geh mit Pils. Er ist doch tot. Hallo, er ist doch tot. Er ist doch tot. Er ist doch tot. Oh. Hi. Wenn er jetzt wieder so stacheln kann. Hier ist einmal Münzen. Schneller, Bowser Junior. Spring. Boah, das wird ja immer schlimmer. Boah. Was? Ach so. Ich soll mich beeilen? Beeil dich selber. Mann, Katzenglocke. Gigakatzenglocke von mir aus. Oh, die Trauben sind gut. Oh. Ähm. Das ist... Du kannst dich hier drin eigentlich nicht treffen, oder? Also können tut er schon, aber soll ist er schon immer nicht. Stopp. Erstmal safen. So. Da sind wieder die Whoopah. Außer... Fünf Katzen. Ach, die Propeller fest sind super. Wo ist Plessy? Plessy, komm her. Schnell. Wir müssen hier ganz schnell... Oh. Geh doch weg. Mann. BAUI. BAUI. Ne. Du. Pass auf, wo du hintrittst. Das ist die Zeit-Challenge, Gav. Ja. Nein, wir sind runtergefallen. Aber das wäre unser Run gewesen. Okay, es ist machbar. Wir brauchen aber irgendwas, mit dem wir weiter fliegen können. What? Also er sieht halt schon cool aus, aber... Ja, genau! BAUI. BAUI. Beruhig dich. Du kriegst deine Gratis-Pizza. Ist doch gut. Es ist voll easy mit dem Ding. Wenn wir es schaffen, da rüber zu fliegen, haben wir es. Können wir nach einem Long-Jump... Ja, können wir. Okay. Aber wenn man so blöd ist wie ich und von Anfang an an der Seite runterfällt, sollten wir das lieber lassen. Ja. Ganz kurz Livestream gucken. Läuft. Sehr schön, sehr schön. Er ist auf der anderen Seite. Der Map. Ja, langsam kenne ich die Challenge. Ja, ja. Ich weiß, wie es geht. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das jetzt. Jetzt oder nie. Okay. Von mir aus. Ich weiß nicht. Voll einfach. Also eigentlich sollte man ja außen rum haben. Wenn BAUSER da ist, dann sagt, wir haben Leuchttoms mit Strahlen gepackt. Yes. BAUSER, du magst doch Licht so sehr. Na, wie gefällt es dir? Oh. Ähm. Uns fehlt eine Katzeninsignie. Kraxel Arena wäre ich hier. Die da? Nee. Jetzt genau auf der anderen Seite. Also da. Ist das die Kraxel Arena? Was? Da war ein blöder Goomba. Ich bin doch gedu... Okay, wir sind tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Wo gibt es hier Wutblöcke? Hey, BAUSER! Ja, wir sind hinten safe. Ja, aber wo sind denn hier Wutblöcke? Halt! Placy, lass mich runter. Was? Hä? Ach, wir haben die schon zerstört? Beziehungsweise, BAUSER hat die... Wir haben 50, Leute. Sind wir dem Ende schon so nah nach 26 Minuten? BAUSER! BAUSER! Dein Ende naht! Wo ist die Glocke? Wo ist die Katzen-Glocke? Da ist doch auch noch was. Ja, ich nehm's einfach mal. Hä? Hä? Alsonsten hatten wir das letzte Mal mehr Ultra... Wobei, das letzte Mal haben wir uns auch Kinder um den Stuhl gekümmert. Ah, egal. Yes? Ich kann sie riechen. Da vorne ist sie. Hört alle mal hin. Ich glaub, ich rieche was. Warum? BAUSER hört doch auf! Nein! Boah, du bist so ein BAUSER, du! BAUSER! Bitte, lass es das letzte sein! BITTE! 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 und da ist das W fait nie cierre! DAS wird lustig! Hallo? BITTE? Traube? Nein? Hm.. Das... wird lustig. Nein! Oh, Hauptsache, ich werde nicht getroffen. Was? Er kann zweimal? Oh, er kann dreimal. Entschuldigung. Pause. Weißt du, was die Mehrzahl von Tod ist? Kaputt! Komplett! Zerstört! Auseinandergerissen! Nein! Ich habe gedrückt! Oh Gott. Ich brauche eine Katzenglocke. Nein, ich hätte auch viel drauf müssen jetzt. Egal. Egal. Sicher ist sicher. Er hat noch einen einzigen Treffer. Er kann vorherschießen. Boah, ist der mies. Hallo. Oh. Ja, du, äh, ja, so ganz, äh, nö. Okay, er rennt einmal über die ganze Map. Ich, ich hole mir noch die Katzenglocke da. Er kann nicht über die ganze Map Feuer spielen. Außer das jetzt, aber... Okay, er springt einmal. Ach stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Er springt zweimal. Er springt viermal. Yes! Wenn er jetzt noch überlebt, dann flippe ich aus. Ach, Bom. Es sieht schon mal gut aus. Ja. Ich höre Bowser, Tom, ja. Lebt er noch? Oder ist... Der normale Bowser, zurückgekehrt. Wird er jetzt zum Ultra-Giga-Katzen-Bowser. Ey, wir haben ihn nicht gerettet. Ich glaube nicht mehr. What shall we do with the drunken Bowser? What shall we do with the drunken Bowser? What shall we do with the drunken Bowser? Early in the evening. Also ich glaube, wir müssen ihn irgendwie hetzen oder so. Das ist ein richtiges Verfolgungswerk. Okay. Es ist einfach nur ein Fahr- und Überlebe-Dings. Aber okay. Dass wir das überlebt haben. Zack. Oh, da wurden wir jetzt aber prüge. So schwer ist es getroffen. Ich weiß nicht, ob wir es nötig haben, aber ich nehme sie einfach mal. Ach, davon hätten wir eher nicht bekommen. Egal, das passt schon. So. Oh, wir fliegen exakt rein. Wir sind Profis. Was, wo muss ich hin? Ach, hier rum? Okay. Oh, der schießt Feuer. Das riechst du aus einem Kilometer Entfernung. Jaja, das hat man gesehen, dass er da abliegt. Oh, mies. Stopp. Wir brauchen eine Katzenblöcke. Wir sterben sonst langsam. Oh. Jetzt voll Gas. Er sieht uns nicht. Ach, Mann. Er wird Feuer schießen. Oh, ey. Das mit dem Feuer. Spring doch, wenn ich auch Sprung drücke. Warum taucht der? Ich glaube, der hat noch nicht so ganz den Sinn von... Komm, das waren die typischen drei Treffer. Ach, komm. Das ist doch bedroht. Boah, da hatte ich keine Angst. Ja, er freut sich. Freut dich nicht zu früh. Warum auch immer vier Treffer? Und warum sehen wir so komisch? Ach so, es war die letzte Gebäude gesehen. Okay. Oh. 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 Ja, okay. Das wäre ein bisschen brutal sonst gewesen. Wow. Das sieht ja mal episch aus. Haben wir es geschafft. Ich mag die Ladezeiten nicht. Ist es der normale Bowser. Haben wir es geschafft. Nee, er hat keine weißen Augen mehr. Mario, ich wäre in Marios städtischen Zehmer weggerannt oder so. Wir haben dich gerettet, Bowie. Ich meine ja bloß. Ja, ich bin. Ich denke, wir haben die Leute zu sein. Das tut mir so. Wir haben die Leute zu machen. Ich kann es nicht nehmen. Und wie bei mir ist nur die Leute zu gehen. Das ist eine ganze Menge. Ich kann es nicht freuen. Aber sie kann es nicht mehr so machen. Ich kann es jetzt mehr so machen. Und es ist die Leute zu machen. Ich kann es nicht mehr so machen. Das ist wirklich gut. Ich kann es länger machen. Ja, das heißt es. Okay. Ich lasse die Credits natürlich noch durchlaufen. Oh. 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 Ach, ich habe ja eine Zusatzverzögerung drin. Ihr seid gerade da, wo Bowser stirbt. Und wo Placys so riesengroß wird. Ich habe eine Zusatzverzögerung rein gemacht, einfach damit die Qualität von YouTube noch mal ein bisschen besser aufgenommen wird. Genau. Boah, haben da viele mitgemacht. Oh, boah. Ich finde es super, wie wir es jetzt doch noch geschafft haben. Ich habe jetzt noch mal mit einem 2-4 Stunden Stream gerechnet. Klar hört der Stream jetzt an der Stelle nicht auf. Also, sowieso nicht. Holt alle eure Spezies und trinkt Spezi. Paulana Spezi. Keine Produktplatzierung. Ihr müsst euch das nicht kaufen. Trinkt das einfach, wenn ihr es habt. Und Chips. Gibt es da eine Züge? Ah, ne. Der meint einfach für uns. Okay. Es ging gut aus. Kann ich mich strecken? Wahnsinn! Der Greenscreen funktioniert, Leute. Meine Kamera hat es dann auch mal geschaut. Ich muss ganz kurz fucken. GT. Boah. Ihr seid gerade da, wo Bowser noch so ultra wütend auf Mario ist. Oh, jetzt ist meine Streamverbindung wieder schlecht. Ja, hier seht ihr es. G. G. Vielen Dank fürs Spielen. Dieses Bild lüftet sich, wenn wir alles haben. Alle Hunde. Ja. Wir haben zu danken, Nintendo, dass ihr dieses großartige Spiel gespielt habt. Und da wir fortsetzen können, würde ich doch glatt einmal reinschauen. Oh, da ist er wieder. Woop Bowser. Hi. Wie geht's so? Ach ja, wir haben dich ja besiegt. Ich geb's eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ähm, ähm. Da ist noch so ein... Wir haben's bandet. Ich hab's auf Kamera, dass wir's bandet haben. Hallo, 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 hallo. Papa und ich hatten vor, zusammen einen spaßigen Tag hier am See zu vorbringen. Aber dann ist er so riesig und böse geworden. Ich habe auf der Karte mehrere Stellen markiert, wo noch weitere Katzen in Siege versteckt werden können. Lass uns alle finden und Papa zurückfahren. Es gibt nochmal einen kompletten Zeit. Mhm, 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 mhm. Genau, so, perfekt. Stimmt, das Schiff ist das neu. Ja, ja. Da konnten wir nämlich vorher nie drauf. Da ist auch Katzenpress hier, aber diesmal ein etwas kleiner. Jodette? Du suchst die anderen Coaks. Also, Leute. Ich weiß ja nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, das gibt den Katzeninsigni, genau. So hätte ich das jetzt auch implementiert, mit Händen. Exakt eins zu eins so. Die Graffiti. Ja, weil das auch... Ach, komm. Wo haben wir das gesehen? Hier, da. Ja, da. Vielleicht ist es... Nein, wir haben keinen verpasst. Schön, dass man hier überall stehen kann. In anderen Spielen werden wir jetzt schon zehnmal runtergefallen. Ja, Plessy bringt uns mal bitte wieder zurück da an. Auftakt Island, aber ich habe schon eins gesehen. Und zwar, aber hier muss man ein bisschen... Hier muss man sich ein bisschen schon mit dem Spiel auskennen. Oh, wie kommt man denn da hoch? Also, ohne Katze. Ist ja klar, dass wir... Dass ich das jetzt als Challenge ohne Katze probiere. Muss machbar sein. Wir können den Spieler nicht dazu zwingen, ein Item... Außer eben gibt es einen ganz regulären Weg, das wir auslangen, glaube ich. Aber das sieht man schon so extrem. Ja. Ach, vorbei. 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 Oh. Das hat seinen Schwierigkeitsgrad. Oh. Der Schwierigkeitsgrad ist sogar sehr schön. Aber man muss hier hochkommen. Die können etwas nicht an ein Item binden. Nein, in die andere Richtung, Mario. Mario hat jetzt auch diesen Stampf attackt schon. Ich benutze ihn die ganze Zeit. Ist mir aber gerade erst aufgefallen. In Mario Odyssey ist er ja komplett normal. Apropos, es wird... Also, in den nächsten Ferien... An Ostern wahrscheinlich... Ein Mario Odyssey-Stream geben. Okay, jetzt wird's... Ich werde es so lange probieren, bis wir es haben. Und wir können... Eine Mini-Distanz damit überbrücken. Mit dem Diven. Und dann muss das auch machbar sein, dass wir da hinkommen. Ganz vorne an die Kante. Nein, mach doch dein... Nein, aha. Wenn er wenigstens so wie Mario Odyssey wäre, dass man schön weit diven kann. Oder stellt euch vor wie halt ein Käppi in dem Spiel. Das ist machbar. Das muss machbar sein. Sonst Nintendo schlechtes Spiel. Oh, so knapp! Doch, und wie das geht. Das riecht man. Das riecht man, Leute, dass das funktioniert. Nein! Nein, nein! Ich bin in die falsche Richtung! Hahaha! Ach, Mann! Wir haben's gleich. Stopp, 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 stopp! Doch, nicht doch nicht jetzt! Mario! Mario! Und hier musst du keine Stampfattackensprünge machen. Du musst dich ganz hier nah an die Kante stellen. Hier eine Stampfattackensprung, hier rüber. Zack, und... Nein, die Kante! Gib mir noch eine Stunde und ich hab's. Ich will einfach nur noch nicht so früh den Stream-Bag nach 45 Minuten. Das ist kein Stream. Livestreams gehen ja immer zwischen zwei bis... Zwei bis drei Stunden oder mindestens eineinhalb Stunden. Einfach weil's ja ungeschnittene Videos sind. Ich will jetzt den zweiten finden. Ja, dieses Spiel, Spiel war ohne Katzen-Glocke. Stopp! 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 Also, als... Abgesehen die Giga-Katzen-Glocke, ja. Die Giga-Katzen-Glocke ist keine Katzen-Glocke. Also doch ist sie schon, aber keine normale halt. Ja, okay. Ja, okay. Geht's ja noch weiter hoch? Wenn ich mich dann festhalten... Warte. Okay. Das war der zweite, okay. Oh, zack! Oh, komm. Kann was sein, okay. Aber ist aber nicht. Oh, hier? Oh, ja. Danke, Bowser Junior. Dann ist hier auch noch was? Nein? Ah! Ah! Okay. Okay. Okay, ist gut. Und fehlt der in der Mitte. Wo könnte der sein? Chat, kann mir mal jemand helfen? Oh, wie geht der mit? Oder Unterwasser? Wobei da glaube ich jetzt mal aus rein theoretischen Gründen mal nicht dran. Ich bin irgendwie der einzige, der der Annahme ist, dass Bowsers Ziel ist einfach nur alles zu zerstören. Sonst hat er ja immer irgendwie ein sinnvolles Ziel gehabt. Das heißt, hier war einer. Hier ist es doch schon so offensichtlich. Kann man hier durch... Nintendo ungenutztes Potential. Man kann das unten durchcrouchen. Zack, Bowser Junior. Mach das. Das kann doch nicht sein. Hä? Ist überhaupt irgendjemand da? Der hat doch zwei Leute. Oh. Stimmt, hier außen. Nee. Hä? K-Storm? Extremst verwirrt. Ich bin hier bei den Kanonen, da sah es auch nicht so ein Kanon daraus. Also der eine war ja da oben. Das heißt, das hier war ja dann... Hier irgendwo auf dem Schiff muss der sein. Schau mal, das Ding hier aus. Verpackt? Auch nicht? Okay. Leute, Challenge accepted. Wir beenden den Stream, wenn wir die letzte Katzen den Siegenden später haben. Also vorher beenden wir nicht. Wenn wir ihn haben, wir haben noch Zeit, dann beende ich den Stream trotzdem nicht. Wir machen ja auch hier auf den Kanonen. Außer man ist so doof und kriegt nicht die richtigen Kröpfe. Okay. Auftakt Island. Das sollte mir mal ein Item geben. Nicht, dass ich hier noch sterbe. Hallo, Plessy. Oder bin ich einfach nur zu doof und sehen? Ich bin jetzt richtig offensichtlich. Obvious, er ist nicht da. Der hier war ja der vierte. Sonst fehlt der dritte. Hier war der zweite da oben. Okay, wir beenden den Stream. Nein. Ähm. Ähm. Äh. Da schon. Äh. war das war auch schon da? naja ok erste challenge ist geschafft vielleicht gibt es auch noch einen dritten stream hierzu der dann alle weiter folgenden sachen behandelt ich hoffe nicht dass es noch mal ein bosskampf ist weil der bosskampf ist beziehungsweise zum bosskampf hinzukommen gibt es überhaupt noch gar zu sagen ich weiß es dann ja wir haben es geschafft hier hüpf wollen und hüpfen rund drehen kurz und gucken ob hier was ist außer dass die steine ne komische Braut haben ne und sprung sprung tak ok ha hu hihi hihi ne ne es gibt ihn wirklich oder ist die Giga Glocke jetzt immer automatisch an wenn Bowie kommt weil hier steht nichts von du brauchst so und so viele Insignien klar war nicht der Hoffnung dass wir die nicht brauchen aber seltsam mal gucken was jetzt passiert wenn Bowie kommt wo wo waren die Insignien wo haben die mindestens 10.000 Stück lad schneller bitte bitte ich will gucken ob meine Insignien da sind wo waren die waren die nicht hier ha ausgedrext oh mein Gott wenn die sich ich springen die müssten sich da unten eigentlich drehen ha ha mies ich brauch aber oh nein nein das ist Betrug wo wo ach da hinten bis ich da bin ist Bowser doch wieder 10 mal hinterher gesprungen hallo Long Jump wir können so ultra hoch springen wir sind aber ultra langsam im Wasser wir wirst hier hoch oh wie cool wir können hier hoch da kommt man auch hoch mit dem Ding oh die Lava ist echt wo 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 ich hoffe mir die ganze Zeit die Kamera so richtig doof zu drehen das kann doch nicht wahr sein ah Bowser ok roll ok roll ah jihihi ey das ist Schutz hm was lol lol warum schreibt mir das von euch keiner in den Chat das ist ja ultra episch das ist ja ultra episch oh Gott er steht auf nein tut er nicht ne ich muss da ganz schön nochmal hin kannst du das nochmal machen Bowie wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du besiegt sehr schön gefällt mir mhm was was das was das ich werde jetzt kommt wieder das mit der Flucht zum zehnten Mal also ist er noch größer aber wir kennen das ganze schon mit der Flucht hm im Haufen springe ich wow wowi wir kennen uns doch mein Katzen Glocke Hüpfen Spraun Ok, er macht Feuer Er freut sich und kriegt ne Salve ab Sehr schön Ok, jetzt kommen erstmal wieder diese Finger am Boden Er hüpft weg, ok Wir machen einen Sprung direkt in sein Feuer rein, weil wir so richtig super sind heute Und noch Waldsprung Beste Katzenglocke, wir brauchen diese böse Katzenglocke Sehr schön Noch professioneller ins Feuer fliegen gibt es nicht, Leute Gut, wir sind klein, so wie ich das sehe Außer, Pam Es ist an sich nicht allzu schwerer Kampf An sich ganz gut bis jetzt Da vorne sieht das aus wie ein Item Yes Normalerweise spalt er nochmal Genau, jetzt spalt er die großen Flammen Konzentriert sich aber voll und ganz auf alles andere und kriegt seine letzte Kugel Perfekt Gesiegt Yes, und nochmal Ach stimmt, Plessy wird ja jetzt Rissi Genau Ihr könnt euch die ganze Katze nochmal anschauen Trinkt Spezi, Leute Trinkt Spezi Und zum zweiten Mal haben wir es Fury Bowser oder Wut Bowser, je nachdem, gezeigt Wir sind die Besten Bin ich voll mit einverstanden Ich bin am Spann Sieh ich das richtig und das ist exactly the same Haben wir jetzt den Kampf einfach nur wieder hoch? Ach das geht wahrscheinlich so lang weiter bis wir alle 100 haben Alle 100 Katzen Aber das mache ich nicht, Leute Das ist Das sind mir 27.000 zu viel Vorher spielen wir noch das hier, wenn dann und dann wird der Tag noch weiter ab Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.